Stell dir vor, du bist abends in einem Restaurant und da am Nebentisch, paar Meter weg, sitzt ein Ehepaar. Bist zwei, drei Stunden abends in diesem Restaurant und die schweigen sich fast den ganzen Abend an. Man hat das Gefühl, sie haben sich nicht mehr viel zu sagen. Das ist schade. Und der Grund dafür, warum das so ist, ist dieser selbe weitverbreitete Fehler. Hallo, mein Name ist Holger Eckstein und ich helfe Menschen, Unternehmern und Unternehmen dabei, mehr Sinn zu machen und weniger Unsinn. Und was das genau bedeutet, darüber möchte ich jetzt mit euch sprechen. Ich fange damit an, dass wir über einen ganz weitverbreiteten Fehler miteinander reden. Ein Fehler, den ich mache, ein Fehler, den du machst, ein Fehler, den wir alle machen. Ein Fehler, der das ganze Wirtschaftsgeschehen durchzieht, die politische Landschaft, die Bildungskultur, die Medien. Und seit über 15 Jahren helfe ich jetzt Menschen dabei, ihre Mission, ihre Berufung, ihre Lebensaufgabe wirklich tief zu verstehen, zu erkennen und dann erfolgreich aufzubauen, so wirklich in die Welt zu setzen. Und wenn ich durch Fußgängerzonen gehe, dann sehe ich manchmal so eine Traube von 100 Menschen. Und immer wieder beschleicht mich dieser selbe Gedanke, in 60 oder 65 von denen steckt eine Mission, steckt eine Berufung, steckt eine Lebensaufgabe, aber nur fünf von denen kommen tatsächlich zum Fliegen. Ich habe immer die Vorstellung, jeder hat so einen Rucksack auf, ja, da sind 60, 65 Missionen im Rucksack, aber nur fünf von diesen Raketen fliegen tatsächlich raus. Und das hat Konsequenzen für diese Menschen und auch für uns alle. Denn für den Menschen selbst, der seine Mission ins Leben bringt, bedeutet das, dass du mit etwas, was du liebst, eine Spur hinterlässt. Dass du dein Leben lang beseelt bist von einer Arbeit, die du tust. Dass du unglaublich vielen Leuten möglicherweise damit guttun kannst. Und wir alle profitieren natürlich davon, wer so eine Mission aus dem Rucksack rausfliegt. Denn wir alle haben was davon. Wenn diese 60, 65 Missionen alle fliegen würden, wäre für uns alle das Leben bunter, es wären mehr Angebote da, unser Leben, unsere Businesses würden besser werden können. Was ist das für ein verbreiteter Fehler, der dazu führt, dass nur fünf Missionen fliegen? Oder ein Restaurant. Stell dir vor, du bist abends in einem Restaurant und da am Nebentisch, paar Meter weg, sitzt ein Ehepaar. Wahrscheinlich ein Ehepaar. Du bist zwei, drei Stunden abends in diesem Restaurant und die schweigen sich fast den ganzen Abend an. Man hat das Gefühl, sie haben sich nicht mehr viel zu sagen. Das ist schade. Und der Grund dafür, warum das so ist, ist dieser selbe weitverbreitete Fehler. Und was ist das für ein Fehler? Der Fehler ist der, dass wir das falsche System verwenden. Jedenfalls ist das meine Sicht auf die Dinge. Und das System ist, Hirn informiert Hand und Hand handelt. Ich sage das nochmal, Hirn informiert Hand und Hand handelt. Und wenn wir das tun, dann sind wir nicht so gut dazu in der Lage, wie wenn wir dem System einen kleinen Twist geben, eine kleine Veränderung geben, die aber unglaublich viel Wirkung hat am Schluss. Und das System, das ich euch vorschlage, uns allen vorschläge, heißt Herz informiert Hirn, informiert Hand und Hand handelt. Und das sage ich auch nochmal, Herz informiert Hirn, informiert Hand und Hand handelt. Ich habe letzte Woche mit Anna telefoniert. Anna kenne ich seit über zehn Jahren. Und als wir uns kennengelernt haben, war die Steuerfachgehilfin, ich glaube in einem Notariatsbüro. Und als wir so ins Gespräch miteinander gekommen sind, merkte ich relativ schnell, dass es da etwas in ihrem Leben gibt, das sie sehr liebt. Und dass sie sich aber seit ein paar Jahren nicht mehr getraut hat, anzufassen. Und das war die Malerei. Sie erzählte so ein bisschen davon, weißt du, wenn ich anfange wieder zu malen, dann gebe ich meinen sicheren Job auf, ist mir alles hier zu gefährlich, weil ich das so liebe, was ich da tue. Wir haben da ein bisschen zusammengearbeitet und eine Weile später begann sie, die Staffelei wieder aus dem Keller zu holen, sich Farben zu kaufen und das erste Bild wieder zu malen. Und dann weitere Bilder zu malen. Und dann kam ein, zwei Jahre später der Zeitpunkt, wo sie nicht mehr in diesem angestellten Job war und nur noch Bilder malte. Und im letzten Jahr hat sie mir erzählt, dass sie sie von ihren Bildern eine Wohnung gekauft hat. Das ist doch krass, oder? Du tust das, was du liebst und du bist damit auf eine Weise erfolgreich, dass du dein Leben lang die Dinge machen kannst, die dich wirklich erfüllen. Und nicht nur das, sondern diese Bilder hängen in Räumen. Sie hängen in Praxen, sie hängen in Häusern, sie hängen in Wohnungen und sie machen diesen Menschen Freude. Das ist das, was passiert, wenn du deine Mission lebst und wenn du deinem Herz folgst. Die Frage ist also, wie können wir das hinkriegen, dass wir uns nicht anschweigen, sondern dass wir offen in die Welt rausgehen, dass wir sichtbar werden mit dem, was uns wirklich zutiefst ausmacht. Wie können wir es schaffen, dass wir zu denen gehören, deren Mission in der Fußgeneration rausfliegt? Und wir alle haben was davon. Und ich möchte diesen Weg mit euch in vier Schritten gehen. Wir machen das wie so eine kleine Treppe. Mit der ersten Stufe fangen wir an, dann kommt Stufe 2, dann kommt Stufe 3 und dann kommt Stufe 4. Auf dieser Seite hier hast du das hier. Und auf dieser Seite hast du das hier. Ist jetzt egal, ob rechts oder links, aber du hast diese beiden Seiten. Bei mir ist es so, auf der rechten Seite sind hier drei Dinge und auf der linken Seite ist eins. Gucken wir uns diese vier Schritte mal nacheinander an. Und auf der rechten Seite hier unten, da ist etwas, das nenne ich die Emotionalpunkte. Das sind Erfahrungen, die wir im Leben gemacht haben, meistens früh im Leben, die sehr emotional unangenehm waren. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich kenne einen Mann, der mit anderthalb Jahren im Krankenhaus gewesen ist als kleiner Dopsch und hatte eine ansteckende Bronchitis. Die Ärzte haben damals, das war noch im letzten Jahrhundert, gesagt, der ist ansteckend, der muss in so einen kleinen Kunststoffkasten rein. Und in diesem Kunststoffkasten blieb dieser Junge für zehn Tage. Könnt ihr euch vorstellen, so ein kleiner Balk ist noch total von Mama abhängig und der Bindung zur Mama. Hat also, was hat er gemacht? Er hat seine Seele aus dem Leib geschrien und geschrampelt und gekrampft und gemacht und getan und Mami geschrien, tagelang so ungefähr gefühlt. Aber Mami kam nicht, weil die Ärzte das nicht erlaubt haben. Es war damals so. Zehn Tage lang kam sie nicht. Das ist ein solcher Emotionalpunkt. Manche von uns haben solche traumatischen Erfahrungen gemacht oder es war die Konstellation in der Familie oder es war eine Phase in unserem Leben, die emotional sehr, sehr unangenehm war. Noch besser gesagt, so unangenehm war, dass wir es eigentlich gar nicht ausgehalten haben. Diese Emotionalpunkte hat jeder von uns in seinem Leben, manche mehr, manche weniger, da unten drunter. Jetzt gibt es etwas da oben drüber. Ich nenne das die Schutzmechanismen. Kannst du dir vorstellen, das sind so psychische Instanzen in dir, die sind entstanden, um dem da unten zu helfen. Wie war das bei diesem Mann? Könnt ihr euch vorstellen, in sein Erwachsenenleben ist er reingegangen mit so Glaubenssätzen wie, mach bloß nicht dein Herz zu sehr auf für irgendjemand anders. Ansonsten droht dir sowas wie damals und dann musst du diese Emotionen wieder erleben wie damals, das geht auf gar keinen Fall. Diese Dinger laufen unbewusst, das überlegen wir uns nicht. Aber in uns allen gibt es solche Schützerinstanzen, die dafür sorgen, dass das da unten nie wieder passiert, am besten überhaupt nicht mehr erinnert wird. Und dann gibt es auf der rechten Seite noch das hier. Das hier oben ist der Marionettenspieler. Ich nenne ihn den rettenden Verstand. Wir sind da ziemlich psychogenial im Erfinden dieser Strukturen. Der guckt immer nach unten auf diese Emotionspunkte von früher und stellt sicher, dass seine Schützer so unterwegs sind, dass diese Emotionen nie wieder gefühlt werden und am besten auch nie wieder erinnert werden. Das Problem bei dieser ganzen Struktur hier ist, dass die alle drei die ganze Zeit latent und zwar immer und immer und immer auf die Vergangenheit fokussiert sind. Die gucken immer nur, unbewusst natürlich, das läuft in uns unbewusst ab, die gucken immer nur, wie können wir vermeiden, dass diese Emotion auf jeden Fall wieder spürbar wird. Jetzt kannst du dir vorstellen, in dem Maß, wie ein Teil von dir in dieser Struktur lebt. Und da kannst du davon ausgehen, dass das der Hauptgrund dafür ist, dass nur fünf Missionsraketen in der Fußgängerzone fliegen. Liegt darin, dass wir Menschen mit einem Prozentsatz unserer lebendigen Energie in dieser Vergangenheit sind, ohne es zu merken. Das heißt, unbewusst überlagert unsere Vergangenheit unsere Gegenwart. Mit jedem Prozent meiner lebendigen Energie, dass ich da drin bin, bin ich nicht dazu in der Lage, im Augenblick meine wahre Bestimmung, meine Mission auf mich zukommen zu lassen und sie zu erfüllen, weil Angst oder Kontrolle oder Zwang oder was auch immer in dieser Struktur abgeht, mich davon abhält. Die gute Nachricht ist, es gibt nur einen vierten Schritt auf der anderen Seite. Und das, was hier drüben ist, das ist dein Herz. Und ich würde dich gerne an der Stelle mal kurz einladen, mit mir gemeinsam ins Herz reinzufühlen. Wir nehmen uns ein paar Abenzüge. Geh mal bitte kurz da rein und fühl mal dieses Energiefeld, was dein Herz ist. Zwei, drei ruhige Abenzüge. Und wenn ich da rein spüre, dann ist das so eine Fülle. Das ist ein Energiefeld, das vibriert so, dieses Herz. Und ich fühle mich verbunden mit diesem Moment, eigentlich mit dem ganzen Leben und mit mir selbst. Vielleicht kannst du ein bisschen was von dieser Qualität auch merken. Stell dir mal vor, wir wären ganz frei von dieser Struktur und ganz hier drüben in diesem Herzen. Was dadurch möglich wird, so wie bei Anna, ist, dass wir merken können, was wir wirklich richtig tief lieben. Dass wir uns hinter dieses Gefühl stellen können und dass wir unserer Freude folgen können. Und um nicht weniger als das geht es, wenn wir unsere Mission leben. Die Mission bedeutet, du tust das, was du liebst und du hinterlässt eine Spur in diesem Universum. Du hast eine Delle rein, und zwar deine. Weil du das machst, das wirklich, wofür du gemacht bist, wofür du zutiefst hier bist. So, und wie geht das jetzt mit diesem Unterschied? Also du hast beides da, du hast diesen Kanal, diesen Vergangenheitsfokus, und du hast das Herz, das immer in der Gegenwart ist, um die Zukunft aus der Gegenwart entstehen zu lassen. Und ich finde, es gibt eine wunderbare Geschichte von jemandem, den wir wahrscheinlich alle kennen, oder fast alle, die das unglaublich gut dokumentiert, wie das passieren kann in einem Leben, dass jemand von hier nach da rüber geht und dann schliegt die Mission raus aus dem Rucksack. Ich rede von Paolo Coelho. Vielleicht kennst du ihn, brasilianischer Schriftsteller, Bestsellerautor. Bei Paolo war das krass. Er wuchs in Brasilien auf, und als er noch ein Knirps war, ein Junge war, haben seine Eltern ihn dreimal in die Psychoanstalt gesteckt, in so eine Klapse. Ja, weil die gedacht haben, der Junge ist nicht normal. Als Paolo 13 war, glaube ich, hat er gesagt, ich habe da so eine Stimme in mir, die sagt, ich möchte so gern vom Schreiben leben können. Ich möchte so gern vom Schreiben leben können. Und die Eltern haben gesagt, Paolo, in Brasilien hat noch nie irgendjemand das geschafft, vom Schreiben zu leben. Diese Struktur war voll an. Das geht nie. Du hast sie nicht mehr alle. Paolo wusste nicht mehr, was er machen sollte, tauchte in den Untergrund ab. Wir reden von einer Zeit, in der in Brasilien die brasilianische Militärrunde da die Macht hatte. Das war nicht einfach für jemand wie ihn. Er und seine Freundin, die später seine Frau geworden ist, haben bei so einer Untergrundzeitschrift mitgeschrieben, weil irgendwie musste er ja irgendwas schreiben. Naja, die haben die beiden erwischt und haben die krass gefoltert. Die sind von der Militärrunde da gefoltert worden. Stell dir mal diese Traumatisierung vor. Paolo war über 40, als er zum ersten Mal gewagt hat, ein Buch zu schreiben. Das war sein Traum seit 30 Jahren. Er schreibt dieses Buch. Es heißt Der Alchemist. Wird 900 Mal verkauft, der Verlag lässt ihn fallen. Der Mann ist 42 und ein absoluter Nobody, völlig im Untergrund. Jetzt frage ich dich, wie viele von uns hätten dann in der Fußgängerzone unsere Missionsrakete hinten im Rucksack gelassen? Wahrscheinlich die meisten. Was ist bei Paolo passiert? Bei Paolo ist es ganz anders gelaufen. Und es war ein einziger Moment, eine einzige Begegnung, die alles verändert hat. Der traf einen Mann, der irgendwas in ihm gesehen hat. Was weiß ich. Die beiden haben sie irgendwie verstanden. Der nimmt sich das Buch nochmal. Die twisten das so ein bisschen hier und ruck. Und irgendwie gefühlt zwei Jahre später ist dieses Buch in mehr als 50 Ländern auf der Bestsellerliste da. Und der Rest ist Geschichte. Paolo Coelho ist heute, glaube ich, einer der Top 5, wenn nicht sogar 3 Autoren der Menschheitsgeschichte. Jetzt stell dir das mal vor. Bis über 40 unter der Grasnarbe. Ja, hier. Komplett hier. Und danach, so. Blüht diese Mission auf. Warum? Wenn man Paolo heute in Interviews anguckt, auf YouTube kannst du ein paar sehen. Und er wird gefragt danach, wie ist das gegangen? Warum hat sich das so verändert? Dann sagt er in einem Interview sehr schön, sagt er, diese Stimme in mir konnte nicht aufhören, mir zu sagen, ich will vom Schreiben leben. Und ich konnte nicht aufhören, sie zu hören. Das ist ein wunderbares Beispiel dafür, wie es ist, wenn wir auf unser Herz hören. Und die Tatsache, ob wir unsere Mission erfolgreich in die Welt kriegen oder nicht, hängt nur davon ab. Bin ich hier drin? Wie viel Prozent meiner lebendigen Energie sind immer noch gefangen in Reaktionen, Glaubenssätzen und so weiter auf meine eigene Vergangenheit? Und in wie viel Prozent bin ich im offenen Herzen in mir und jetzt und höre, was meine innerste Freude ist, was mir wirklich am wichtigsten ist und erlaube dem, ins Leben zu kommen und zu erblühen? Und ich habe was davon und alle anderen auch. Ich würde gerne zum Abschluss mit euch eine kleine Challenge machen, wenn ihr mögt. Ich sage euch kurz, was wir tun und dann führen wir es zusammen durch. Zuerst würde ich gerne mit euch in den Verstand gehen, ins Hirn gehen für eine Minute und danach gehe ich mit euch ins Herz für eine Minute und dann gucken wir mal, wo uns das hingeführt hat. Biet euch oder ladet euch herzlich gerne ein, die Augen kurz zu schließen und geh bitte mal mit deiner Aufmerksamkeit rüber in dein Herrn. Dein Verstand, dein Herrn ist der Teil in dir, das ist das Denkorgan. Das ist der Teil in dir, der rechnen kann, der logisch ableiten kann, der strukturieren kann, planen und organisieren kann. Es ist der Teil in dir, der Forderung stellt. Es ist der Teil, der sagt, das und das und das ist gut und das und das ist schlecht. Es ist der Teil in dir, der sagt, diese Dinge will ich erreichen und die will ich auf jeden Fall verhindern. Spür mal rein, wie der sich anfühlt. Wenn das ein Wesen wäre, wie fühlt sich dieses Wesen an? Wenn das ein Mensch wäre, der neben dir steht, der dieses Wesen hätte, wie fühlt sich dieser Mensch an? Und jetzt stelle dir bitte mal vor, die nächsten sechs bis zwölf Monate deines Lebens gehst du mit diesem Menschen. Er ist quasi dein Geleit. Er ist dein Mentor. Schau mal, was da passiert in diesen nächsten sechs bis zwölf Monaten und wie sich dieser Weg anfühlt, wenn du ihn mit diesem Mentor gehst. Einfach mal reinspüren, wie fühlt sich das an, wenn dein Hirn, dein Verstand, der so ist, dich leitet. Danke. Und dann wechseln wir die Seite und ich bitte dich mit der Aufmerksamkeit zur anderen Seite rüberzugehen in dein Herz. Nimm dir einen Moment, zwei Abenzüge. Und dein Herz, das ist dein Fühlorgan. Dein Herz ist verbunden mit diesem Moment, mit dir selbst, mit dem ganzen Leben im Grunde genommen. Dein Herz offenbart dir durch seine Gefühle das, was dir am allerwichtigsten ist, wer du wirklich bist, wofür du wirklich hier bist. Und dein Herz sorgt dafür, dass diese Dinge immer mehr in den Außen ausdruck kommen. Das Leben hilft mit. Dein Herz ist ein offener Kanal dafür. Und stell dir mal vor, dass du die nächsten sechs bis zwölf Monate diesen Mentor an deiner Seite hättest. Dein Herz wäre ein externer Mensch neben dir mit diesen Wesenszügen und geht mit dir diese nächsten sechs bis zwölf Monate. Was passiert da und wie fühlt sich das an? Folg einfach mal dem Film, der jetzt in dir abläuft. Und achte, wenn du möchtest, vor allen Dingen auf diesen Unterschied im Gefühl. Wie fühlt sich Hirn an? Wie fühlt sich Herz an? Ohne da jetzt genauer reinzugehen, lasse ich das gern bei dir. Und lass dich mit diesem Gefühl und dem, was du jetzt gerade wahrgenommen hast, vielen Dank. Du kannst die Augen gern wieder öffnen in deinem Tempo und in deinem Rhythmus. Mein Appell an dich ist, und was ich dir empfehle, ist, folg deinem Herzen. Lass deine Mission sich offenbaren aus deiner eigenen Tiefe und erlaub dir in die Welt zu kommen, damit die Raketen in der Fußgängerzone fliegen und damit du nicht wie das Paar im Restaurant dich anschweigst. Vor zwei Wochen habe ich im Fernsehen Reinhold Messner gesehen. Letzter Satz. Und er war bei Markus Lanz mit Richard David Precht zusammen. Und Lanz fragt Messner an einer Stelle und sagt, Reinhold, wie ist das für dich eigentlich heute, wenn du zurückguckst auf diese ganzen Achttausende, die du bestiegen hast? Und er sagt, naja, weißt du, die Leute kennen mich für meine Erfolge, aber sie wissen ja gar nicht, wie oft Expeditionen gescheitert sind. Er sagt, im Rückblick heute, wenn ich da drauf gucke, ist es nicht so entscheidend, was da alles gelungen ist. Ganz ehrlich, viel entscheidender für mich, sagt er, ist, und das ist das, was in meinem Leben den Sinn gemacht hat, ist, dass ich Erfahrungen gemacht habe, zu denen es mich von ihnen hingezogen hat, dass ich mich eingelassen habe auf diese Wege, dass ich Erfahrungen gemacht habe, wie ist es, wenn dein Denken plötzlich aufhört, wenn dein Fühlen da oben plötzlich aufhört, wenn du mit etwas ganz Existenziellem in Berührung kommst, da oben auf den Berg. Wegen dieser Dinge habe ich das gemacht, nicht so sehr nur wegen der Errungenschaften und Trophäen, die man im Rückblick feststellen kann. Er sagt, es ist nicht das gelungene Leben, was entscheidend ist, sondern ein gelingendes, gehen des Weges. Und das ist genau das, was passiert, wenn du dein Herz öffnest und mit deinem Herz gehst. Dein Hirn ist im Achievement Game. Und wenn dein Hirn am Ende deines Lebens zurückkicken wird auf deinen Weg und wird sagen, das und das und das ist gut gelaufen, das und das und das ist nicht so gut gelaufen. Dein Herz wird im Rückblick auf dein Leben zurückschauen und wird vor allen Dingen dafür interessieren, wie sehr hast du deine Wahrheit gelebt, wie sehr bist du deiner innersten Freude gefolgt, wie sehr hast du einen Beitrag geleistet, der im Leben der anderen einen Unterschied gemacht hat. Folge deinem Herzen, bring deine Mission in die Welt, mach dich selbst happy und sorg dafür, dass du auf deine Art und Weise diese Welt ein Stück besser machst. Vielen Dank.